In der Mörika-Apotheke haben Peter Munding und sein Team nur ein Ziel, dass sie gesund werden und bleiben. Die renommierte Apotheke ist schon seit 1899 in Familienbesitz und bekannt für Arzneimittel der Schulmedizin und Homöopathie. Hilfreiche Medikamente und Beratung gibt es für die gesamte Familie, Erwachsene, Kinder und sogar Haustiere. Hier erhalten Sie vielfältigste Haut- und Krankenpflege sowie Kosmetikprodukte. Zudem werden Sie professionell, individuell und freundlich beraten. Die erfahrenen Mitarbeiter, stets am neuesten Wissensstand, kümmern sich um alle Gesundheitsfragen von A wie Allergie bis Z wie Zahnpflege. Angeboten werden unter anderem eine Blutdruckkontrolle, ein Milchpumpen- und Babywagenverleih sowie ein Gratis-Zustell-Service. Eine eigene Kundenkarte bietet Ihnen nicht nur den Vorteil einer Arzneimittelkontrolle. Unabhängig davon gilt stets eines, bei einem Besuch in der Mörika-Apotheke stehen nur Sie im Mittelpunkt.